Der braucht nen B-Buzzern. Der muss jetzt kommen. Ich wusste doch, ist er. Wie hat er sich so schnell gesalft? Was ist los? Sehr dank für den Follower. Ach, z.K. Any Loot hier? Irgendwas? Alles gelootet natürlich. Was habe ich da gerade gesehen? Chat, weiß jemand von euch, was das aktuell mit dieser Schere ist? Ich höre überall, heb die Schere, heb die Schere, was ist das? Ich habe alles gehört, Chat. Nein. Jetzt bin ich in Frieden mit der Drohne. Bei Mickey und so habe ich das gehört, heb die Schere, was ist das? Kann mir das jemand erklären, Chat? Gestern auch mit so einem Maid gelabert und er so mitten im Game halt die ganze Zeit hebt die Schere und ich wusste nicht, was er von mir will. Es wird krachen. Es wird krachen. Schlupfen, ah, schlupfen bodenlos. Kann doch noch nicht so krachen. Lassen Jungs. Das geht doch nicht Jungs, was macht ihr da? Keine Ahnung. Trigger, alles wieder gehört, wirklich. Egal, wir heben mal die Schere. Alles gut. Ist er jetzt hier oben gelandet? Okay, einer ist oben Luft anscheinend. Ah, dieser Hust, der ist kracht. Ich lande aber auch wirklich immer hier. Da ist ganz unten. Ich glaube, er ist wegen dem Borz gestorben, schade. Gute Lobby da auch, by the way. Ich kann es alles sicher. Neu Meter. Maid, hallo? Oh, Maid, bitte. Er zieht durch, er ist der Beste. Oh, es hat gekracht fast. Ich habe ein bisschen gejokt beim letzten. Auf jeden Fall. Das war ein bisschen sass, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Kann auch ganz normal irgendwie... ...geleckt haben, aber es sah ein bisschen weird aus, wie der da rumgeflickt ist. Weil er war ja nicht irgendwie so an sich cracked oder so komplett. Er hat mich an sich irgendwie... ...komplett gebeamt, deswegen war es ein bisschen komisch. Oh, es sind ja schon wieder viele. Die Feuer-Shotgun, Chat. Ich weiß es nicht, Chat. Sollen wir die Feuer-Shotgun heute mal testen? Auf gottloser Ebene? Wir können die Waffe auf Close-Range auf jeden Fall nicht schlagen. Wir können die Waffe auf Close-Range nicht schlagen. Ich habe so viele Tode von dieser Waffe gefressen. Ich glaube, es wird einfach Zeit... ...wenn wir sie nicht schlagen können... ...bis wir halt ein Teil davon werden. Feinde landen im Einsatz. Waffe mittel, keine Munition. 25 übrig. Weiter so. Zielgebiet markiert. Ihr Longbow-3-1. Angriff erfolgt. Das ist wirklich kaum blödgottlos. Was? War das der? Save mich, oder? Mach was draus. So, mate. Ich brauche dich jetzt. Boah. Hat mich erschrocken. Geht jetzt in die Sicherheitszone. Schuss verkauft. Der Energie ist reise angepasst. Noch mehr hier, safe. Ich bin getroffen! Lassen Vorladung! Lassen vorladen! Lassen vorladen! Lassen vorladen! always lassen ... Feindlich ist ohne aktiv! Nein 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 nein. Der Feind spricht über dem Gebiet ab. Auf den Himmel. Wieder unterstehen und beendet es. Keine zweiten Schrute mehr. Die Schuhe sind wieder aufgefüllt. Der Söhn ist direkt gestoppt. Nein. Ah, herauf. Ah, wieso so viele? Ich kann. Die haben nicht mal zusammen gehört, das eigene Team, der erste. Egal. Alles gut. Der Bait macht das jetzt. Ich muss ihn callen, ich muss ihn coachen. Jetzt kann ich ihn nicht entmuten. Der hat das jetzt, Chat. Beliebt ihr den? Ich glaube, der hat das. Nein. Ein Afka-Typ. Hol ihn dir. Er ist Afka. Ja? Geh näher dann. Hol ihn dir. Du machst das. Geblieben. Come on. Jawohl. Sehr gut, sehr gut. Sein erster Kill. Lass es schießen. Ich tue es nicht. Du hast nicht genug Position. Schade da. Doch. Nein.